Wenn man Skyfall sich näher betrachtet, dann darf man natürlich nicht vergessen, dass man einen James-Bond-Film vor sich hat. Auch wenn Skyfall der emotionalste, logischste und menschlichste unter den Bond-Filmen bisher ist, kann man natürlich gewisse Verhaltensmuster von Seiten des MI6, von James Bond und natürlich auch vom bösen Bond-Villain nicht vergessen. Dadurch hat der Film natürlich einige Elemente, die hier vielleicht noch ein bisschen stärker hervorstechen als in anderen Filmen. Auf der Story-Ebene gibt es durchaus einiges, was man an Skyfall noch aussetzen könnte, was unlogisch oder nicht nachvollziehbar ist. Aber ganz ehrlich, Skyfall trotz seiner Fehler ist nicht nur einer der visuell brillantesten Blockbuster des vergangenen Jahres, einer der schönsten Filme, die in den letzten Jahren ins Kino kam. Es ist ein extrem spannender, ein ganz toll gemachter, hervorragend gespielter Action-Thriller mit fantastischen Action-Szenen, tollen Dialogen, guten Schauspieler, einer fantastischen Kamera und einer tollen Regie. Ein Film, den man einfach trotz seiner Schwächen wirklich mehr als nur genießen kann. Ein Film, den man einfach trotz seiner Schwierigkeiten macht. Untertitelung des ZDF, 2020